Lese ich nicht mal vor. So, vier von diesen runden Dingen und dann noch so ein Sternchen-Ding. Hm. Dort oben und dort. So, jetzt aber. Na, geht doch. Okay, ich wundere, ob das signifikant ist. Abschlussbonus, von der Spieße werden zwei Minuten abgezogen. Ich wundere, was drin ist. Was da wohl drin ist? Oh, Überraschung, Überraschung. Warte. Plastikaugen. Tagebuchseite. Und Tagebuchseite. Gramps hat diese Jade-Koine, seit ich ein Baby war. Ich wundere, warum er mir nie über das sagt. Aber ich verstehe nicht, warum wir diese Sachen nochmal suchen müssen, wenn die da schon drin sind. Hm. Oder sind sie da gar nicht drin? Auge Nummer eins. Und. Zum Glück nervt das überhaupt nicht. So, noch eine normale Tagebuchseite, ohne ausgerissenen Seiten oder irgendwas. Das ist jetzt kein Auge, ne? Nee, da ist aber noch ein Auge. Was ist denn da, was da noch drin ist, wertvoll zu verkaufen? Hä? Es sagt, dass die restlichen Seiten in den Itemen in der Spieße geblieben sind. Aber sie wurden alle ausgerissen. Ich glaube, ich habe ein paar Forschung zu tun. Vielleicht gehen wir ein Schädel da drüben tun. So, Obers Tagebuch. Tagebuch. Ah, Obers Tagebuch. Hier noch steht noch mehr. Ich hatte die Jadimünze viele Jahre lang. Hä? Achso. Achso, der Opa schreibt es. Ja, stimmt. Leider konnte ich dir die Geschichte bis jetzt nicht erzählen, um dich zu beschützen. Und zu beschützen. Die übrigen Tagebuchseite sind in den Objekten im Laden versteckt. Bitte finde sie, bevor sie gestohlen oder verkauft werden. Das hättest du uns mal früher sagen können. So. Es sieht aus, dass die Oberfläche ausfallen ist. Aber es ist gestohlen oder geschlossen oder etwas. Hm. Diese Seite sieht ein bisschen anders aus als die anderen. Aber es ist immer noch in Piezen. Hm. Dann setzen. Können wir das denn drehen? Nö, es passt auch so immer. Aber es ist auch ganz easy eigentlich. Ich meine, wir Wimmelbildprofis kriegen das auch so hin. Hey, hier ist ein Bild von einem Gebäude in einem Schaden mit einem schraubenden Dress. Also wir reisen jetzt von Seattle nach... Oh. Mein Handy hat gebrummt. Ich hab vergessen auszustellen. Okay, jetzt sehen wir was, was ich weiß, wo Gramp's stuff ging. Hm. Serral's Heritage Barn. Vielleicht ist es Zeit für ein bisschen Reise. Well, hier ist es. Kann ich mit Mr. Kaukis sprechen? Sure, er ist zurück da. Ich mag es nicht. Es ist nicht wichtig. Jetzt mach es dir. Serral Kaukis? Ich wollte dich ein paar Sachen fragen. Natürlich. Und bitte, nö, mich ich. Ich bin Cyril. Können Sie mir etwas erzählen über diese Sachen, die du bei der Auktion hast? Hm. Ich muss jetzt schauen. Oh, ja. Ja, natürlich. Ich muss euch zeigen. Right this way. Und bleib aus unserem Geschäft, Autumn. Well, das war nicht so gut. Ich glaube, ich werde einfach mal schauen. Ich bin auf mein eigenes Mann. Hey, was gibt's, wenn du mich hier rauskommst? Und bleib aus deinem Geschäft, Autumn! Finde, benutze die Bügelsäge bei dem Vorhängeschloss. So, eine Bügelsäge. Dafür brauchen wir Teilchen von einer Säge. Wer hätte es gedacht? Geht das Licht an, wenn ich hingehe? Nee, geht's nicht. Hier ist auch so ein Orangesteil dort oben. So, und jetzt brechen wir wohl ein. Ein Hubwagen brauchen wir jetzt auch noch. Was will ich alles brauchen? Das ist ja... Das ist ja... Krass. So, hier. Schuppeln. Kann ich diese... ...diese Dinger noch hier finden? Sieht so aus, ne? Oder wahrscheinlich sind noch ein paar da drin versteckt und ein paar... Hier ist noch ein Haken. Finde ich auch doch nicht, ne? Leucht... Leucht... Leuchtstoffröhre. Wie finde ich denn so ein kleines Ding? Hm. Ich guck doch mal rein. Es ist zu schmerz, um zu sehen. Aber es ist ein gutes Bett. All diese Dinge ist verloren. Das ist klar. Sehe ich denn hier überhaupt irgendwas? Also ich meine, ich sehe schon was. Aber ob sie was sieht? Sie braucht ja eine Lampe. Dort oben. Für was bitte? Trittleiter. Wir brauchen bloß noch so ein Teil. Aber wo kriegen wir das denn her? Hm. Was ist da? Oh. Achso. Wir müssen noch ganz viel anderes suchen. Okay. Oh, das sind aber viele Teile. Gehe ich nochmal raus. Die liegen hier wahrscheinlich rum. Oder vielleicht Wahrscheinlich auch nicht alle Ach da fehlt noch was Was fehlt denn da noch So ein Ding Und hier fehlt Noch sowas Zählt das dazu Da liegt doch auch Oh Da liegt doch auch noch Holz Hier liegt auch noch ganz viel Holz Warum nimmst du nicht einfach dieses Holz Man nimmt natürlich das Holz Was hier drin liegt Und dann noch so ein Ding